Die Produktionsleiterin hat sich gemeldet, anscheinend hat Canyon of East seit Corona und will jetzt die Show von zu Hause aus moderieren. Irgendwas so in der Art. Na, was auch immer. Heute begrüßen wir einen erleuchtenden Kandidaten. Glühbirne, Figaro II. Die Glühbirne. Guten Tag, verehrtes Publikum. Guten Tag, verehrte Jury. Ich bin Gustavio von Glühbirne, Figaro II. Anders als mein Vorgänger werde ich sie elektrisieren und im besten Fall die Stimmung erhellen. Als Glühbirne der Weisen werde ich nun mein erhabendes Wesen mit euch teilen. Hey Kumpel, kannst du auch mein Spiegelei kochen mit der Hitze, die du absonderst? Aber gewiss doch, Herr Jackson. Mein Name ist keine Abkürzung von irgendwas. Ich heiße wirklich so. Oh wohl, Herr Sacklin. Junge, hat dein Maul jetzt? Junge, ich heiße nicht so. Also, kommen wir zu meiner erleuchtenden Mitteilungskunst. Wenn die Leitung zu viel Strom für deinen Draht hat, dann solltest du dich nicht in ihr Socke zwängen. Was? Was soll das überhaupt heißen? Dass dir Früchtchen das zu hoch ist, das war mir schon von vornherein klar. Jo, Alter. Tschür mal deine Horizontallage. Was machst du meinen Homeboy so an? Alles gut. Wenn er mich anmacht, mach ich ihn halt aus. He, so kontrovers. Das wargst du nicht. Und ob? Warte, Peter! Auf wessen Seite stehst du jetzt eigentlich? Na ja, also das Ei ist noch nicht fertig. Na ja, du hast es auch schwer nötig. Schon. Okay, fertig. Jetzt knips ihn aus. Ihr werdet von meinem Anwalt hören. Herr Bruder, der kann dich auch nicht wieder anmachen. Also wirklich. Ey, ***, wenn du so erleuchtend sein sollst. Was ist 7x7? Nein, und fehlt sich. Ja, aber das weiß doch gar nichts. Ha, Stimper. Junge, verschwind jetzt. Junge, verschwindet. Junge, verschwindet. Junge, verschwindet. Junge, verschwindet. Junge, verschwindet. Junge, verschwindet.